Was ist denn das Rezept Ihres Lebens? Man könnte fast sagen, das ist nicht nur ein Rezept, das ist ein ganzes Menü und ich komme ja so langsam zum Dessert. Aber das Rezept ist ganz einfach. Ich unterschreibe ja immer avec amour mit Liebe. Also meine Oma hat gesagt, mach es gern, dann fällt es dir leichter und es wird auch besser. Also jetzt, dass man dieses Verständnis hat fürs Kochen, da freue ich mich, dass das mir irgendwo gegeben worden ist. Aber auch das Verständnis für die Probleme. Denn nur wenn man etwas leidenschaftlich macht, dann behält man auch diese Leidenschaft, auch wenn es mal nicht so toll ist, wenn es mal ein Werk runter geht. Und in der Brigitte, da wo stand es, da habe ich gesagt, man muss sich Plan B so schön machen, dass es nicht so schlimm ist, wenn Plan A kaputt geht. Da kann man sich sogar drauf freuen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de